Wie heißt es so schön, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Hört sich erst einmal gut an, was aber, wenn im Alter die Beschwerden zunehmen und man irgendwann gar nicht mehr so recht weiß, was mit einem los ist und an wen man sich wenden soll. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Asklepios-Informationssendung hier im Internet rund um medizinische Themen. Sie haben es gemerkt, es geht um die Altersmedizin. Ich habe einen Experten zu Gast, Herrn Dr. Jochen Gerke, Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios-Klinik in Bad Eudesloh. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Dr. Jochen Gerke, für die Einladung. Dann als allererstes doch mal die allgemeine Frage, was ist denn Altersmedizin überhaupt? Was beinhaltet sie? Ja, die Altersmedizin, das ist eine, die Altersmedizin ist eine Fachdisziplin, die von der inneren Medizin ausgegangen ist, die sich um die Bedürfnisse des alten Menschen kümmert. Der Begriff Geriatrie, mit dem die Menschen wenig anfangen können, kommt aus dem Griechischen, aus Geron, der Kreis, das Alter und Eatros, der Arzt. Also wir kümmern uns um den alten Menschen, um die Bevölkerung im hohen Lebensalter. Nicht zu verwechseln mit der Gerontologie, mit der Wissenschaft des Alterns oder der Gelontologie, der Wissenschaft des Lachens. Wo wir auch gerne in der Geriatrie lachen. Wozu gibt es die Altersmedizin denn überhaupt? Ist denn Alterssein eine Krankheit? Ich frage immer zurück, provokant, wofür gibt es die Kindermedizin? Kleine Menschen sind keine kleinen Erwachsenen, also Kinder. Es gibt den Spezialisten, der sich mit den Bedürfnissen der Kinder auskennt. Und das Gleiche gilt für den hochbetagten Menschen. Menschen im hohen Alter haben andere Bedürfnisse, andere Erkrankungen und andere Behandlungsmöglichkeiten. Die Leber, die Niere, die allgemeinen Körperfunktionen, die Muskel- und Knochenaufbau, Veränderungen im Alter sind so, dass der Spezialist, der Geriater sich anders drum kümmert als der Internist, der Chirurg, der den normal alten Menschen behandelt. Wobei wir sehr eng mit den Fachdisziplinen zusammenarbeiten, sozusagen Hand in Hand mit den Spezialisten, den alten Menschen behandeln. Ab wann ist man denn alt? Ab wann ist man alt? Also Alter beginnt mit der Geburt. So wie das Sterben mit dem Anfang anfängt. Die geriatrischen Patienten werden definiert ab 70 mit mehreren Erkrankungen, der sogenannten Polymobilität, das heißt Diabetes, Zustand nach Schlaganfallerkrankungen, Herzinfarkt und Ähnliches. Oder der 80-, 85-jährige Mensch, der aufgrund seines Alters einfach eine besondere Behandlung benötigt. Bei welchen Beschwerden sollte ich denn einen Altersmediziner aufsuchen? Wann merkt man, ist es an der Zeit, sich da wirklich so fachspezifisch jemanden zu suchen? Die Altersmedizin oder die Geriatrie ist in Deutschland eher im Krankenhaus verwurzelt. Es gibt immer mehr Fachärzte im niedergelassenen Bereich, die auch die geriatrische Zusatzbezeichnung haben oder geriatrische Weiterbildung haben. Aber aktuell ist es so, dass wir eher im Schwerpunkt im Krankenhaus sind und viele, viele Patienten uns von den Fachdisziplinen der benachteiligten Fächern zuweisen. Zum Beispiel der Patient, der gestürzt ist, eine Versorgung seines Sturzes bekommen hat, seines Bruches. Der Patient, der einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hat, der dann zu uns eingewiesen wird. Oder Hausärzte, die Patienten im häuslichen Bereich oder im Wohnheim auffinden, sagen, es ist nicht ganz rund mit ihm. Er kann nicht mehr so richtig laufen, er ist müde, er ist ein bisschen depressiv oder hat Schwindel. Und es gibt viele Erkrankungen, wo man nicht so richtig den Draht dazu findet, was ist jetzt los, den kann man gerne auch zum Geriater überweisen, der sozusagen mal ein ganzheitliches Screening mit dem Patienten macht und dann die Fachdisziplinen wieder dazu nimmt, um dem Patienten helfen zu können. Sie haben es eben schon angedeutet, trotzdem nochmal die Frage, welche Krankheiten treten denn bei älteren Menschen besonders häufig auf? Wenn man in die Bevölkerung einfach reinruft, was hat der alte Patient, kommt immer die Demenz. Aber der alte Mensch ist nicht der demente Patient, denn altern ist keine Erkrankung. Denken Sie an Adenauer, der mit 80 nochmal Kanzler wurde oder den italienischen Staatspräsident über 90 oder natürlich an die Queen in England. Also Alter ist nichts, wo man aus Abstellgleis kommt oder alt wird. Und die aktuellen Daten der 100-jährigen Studie haben gezeigt, dass über die Hälfte der 100-Jährigen selbstbestimmt in ihrer Häuslichkeit leben. Das heißt, es gibt viele Erkrankungen, die den alten Menschen betreffen. Aber es gibt auch viele, die keine Erkrankungen haben. Und ganz viele alt- und hochbetagte Menschen haben nie im Leben einen Arzt gesehen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was ist die Erkrankung des Alters? Das Schlaganfall, Herzinfarkterkrankungen, chronische Lungenerkrankungen sind so die Klassiker, die neben den onkologischen, also den Tumorerkrankungen, den Krebserkrankungen, das Altern betreffen oder das Leben verkürzen. Aber auch viele ganz praktische Sachen oder einfache Sachen sind die, die den alternden Menschen in seiner Selbstbestimmtheit beeinträchtigen. Denken Sie an den Sturz. Wenn wir einen Chirurgen fragen, Patient ist gestürzt, hat sich den Oberschenkel gebrochen, sagt er, wunderbar, den operieren wir, da ist ein Nagel drin, ein neues Gelenk, danach kann er wieder rumlaufen. Das ist für Menschen in unserem Alter selbstverständlich. Wenn der Patient etwa 80, 90, 95 Jahre alt ist, ist es nicht mehr so einfach. Die Patienten sind durch die Immobilisation, durch die Narkose so geschwächt, der Muskelabbau hat so schnell stattgefunden, dass er nicht mehr sozusagen in die Gänge kommt. Und wenn Sie sich überlegen, ein Patient mit einem Darmkrebs hat eine Sterblichkeit von 20% im ersten Jahr, so gut ist unsere Medizin mittlerweile, auch bei den hochbetagten Menschen, sagen wir, toll, wenn ich Ihnen jetzt sage, aber dass 20 bis 50% der Patienten mit einem Oberschenkelhalsbruch im ersten Jahr sterben, das ist eine Nummer. Und das ist da, wo der Geräter sagt, das muss nicht sein, weil die Operationsmethoden sind exzellent der Chirurgen heutzutage. Und die Nachversorgung, wenn die Patienten in die Geräterie kommen, ist auch so, dass der Patient wieder selbstbestimmt nach Hause kann. Und das ist unser Ziel in der Geräterie. Wir sind nicht die Fachdisziplin sozusagen der Altenheim-Patienten, der dementen Patienten, die wir auch gerne behandeln und ihnen helfen. Aber unsere Patienten sind die, die aus der Häuslichkeit kommen. Und unser Ziel ist es, wieder zurück mit dem Patienten in die Häuslichkeit, sozusagen das Schutzschild vor dem Pflegeheim für den Patienten. Das wäre jetzt auch tatsächlich mein nächstes Thema gewesen, nochmal anzusprechen, wie es denn ist mit der Erholung, da es ja oft nun mal so ist, dass ältere Leute sich nach Unfällen, in den Krankheiten ganz schwer nur erholen und wollte Sie nochmal bitten, es vielleicht anhand eines Beispiels zu erklären. Wenn wir jetzt einen 83-jährigen Mann nehmen, der vielleicht einen Schlaganfall hatte, zusammen mit Knochenbrüchen, weil er ja auch gestürzt ist dabei. Wie wird es dann anders behandelt, beziehungsweise auch die Rehabilitation anders angegangen in der Geriatrie? Die Medizin hat sehr viel gelernt, wie man Patienten nach akuten Erkrankungen behandeln kann. Vor 30 Jahren, zu Zeiten der ersten Lyse-Patienten, die die Herzinfarkte aufgelöst bekommen haben, war es gang und gäbe, der Patient geht nach einer akuten Erkrankung auf Herzinfarkt, Schlaganfall, für sechs Wochen ins Bett, wird gepflegt und darf nicht aufstehen. Dann ist er mal sechs Wochen aufgestanden, hat vielleicht seinen Herzinfarkt überlegt, ist eine Lungenentzündung, oder an der Phnomonie oder an der Lungenembolie verstorben. Mittlerweile ist die Medizin viel weitergekommen, gerade im Bereich des Schlaganfalls wissen wir, der Patient muss am ersten Tag aus dem Bett raus. Und das gilt für die Geriatrie insbesondere. Also liegen generell ist nicht gut, so lange liegen... Das ist der Tod des Patienten. Und das ist schwierig, den Menschen das zu vermitteln. Wenn Sie den 90-Jährigen vor sich haben, der möchte jetzt erstmal sein Krank haben, der möchte jetzt in Ruhe gelassen werden. Es ist in verschiedenen Gruppen auch noch extremer, wo es halt von der Tradition ist, denken Sie an arabische Länder, wo es normal ist, Krankenhaus ist Bett und zu Hause ist wieder fit, wie ein Turnschuh. Und wenn ein Patient mit Schlaganfall, Herzinfarkt oder einem Knochenbruch bei uns ist, wird er am ersten Tag aus dem Bett geholt. Und das ist nicht einfach. Es ist eine Frage der Motivation. Man muss den Patienten jeden Tag aus neu motivieren. Man darf ihm nicht zu hohe Ziele geben. Du bist jetzt hier, du hast die Böbelsäule gebrochen und du hast aber ein Haus mit 32 Stufen. Nächste Woche geht es nach Hause. Man muss kleine Ziele, den Transfer in den Stand, ans Waschbecken mit den Menschen, ein Waschtraining, dann vielleicht über den Flur mit einem Rollator, dann vielleicht nur mit einem Stock, dann drei Treppen. Immer kleine Schritte, um den Kontakt nicht zu den Patienten zu verlieren und ihnen zu sagen, wir helfen dir, wir bringen dich nach Hause. Was ist denn das Ziel der Geriatrie? Sie sagten vorhin schon so ein bisschen, wir sind die Feinde des Pflegeheims. Ist das so? Also wäre das wirklich das Ziel, die Leute aus den Pflegeheimen rauszuholen beziehungsweise sie gar nicht erst reinzulassen? Nein. Also aus den Pflegeheimen rauszuholen sicherlich nicht. Die haben alle einen Grund, Patienten oder Menschen, die im Pflegeheim leben, warum sie dort leben. Das ist ja medizinische Grunde. Es gibt auch soziale Gründe, Menschen sagen, ich bin einsam zu Hause, ich möchte in eine betreute Wohneinrichtung mit einem Pflegeanschluss, wenn ich bedürftig bin. Das ist provokant von mir, vertreten, Feind des Pflegeheims. Natürlich gibt es Menschen, die dort leben, die dort sehr gut versorgt sind. Die Pflegeheime haben ja auch einen exzellenten Ruf mittlerweile. Es geht aber darum, dass viele, viele Menschen zu Hause bleiben möchten und Angst haben vor einer Pflegeeinrichtung. Die Geriatrie ist sicherlich die Fachdisziplin, den Patienten wieder versucht, in die Häuslichkeit zurückzubekommen. Wenn nicht eben der Begriff Schutzschild vor dem Pflegeheim gesagt wird, vielleicht sollte man das besser ausdrücken, dass man sagt, man ist der Lotse durch das Gesundheitssystem. Ähnlich wie der Hausarzt im ambulanten Bereich, der den Facharzt für Orthopädie, für Kardiologie an der Hand hat, wo der Patient hingehen kann. Wenn Sie eine Erkrankung hätten, würde er ein Rezept schreiben, gehen Sie zum nächsten Kardiologen oder zum Gastronthologen. Nur der 95-Jährige, der vielleicht die Treppe nicht mehr runtergehen kann, der kann nicht wegen seinen Knien irgendwo hin, der kann nicht wegen seinem Herzen irgendwo hin. Und diese Patienten werden wir in der Geriatrie versorgen. Und als Lotse sagen wir, da muss man Orthopäde aufs Knie gucken, der Kardiologe aufs Herz, der Diabetologe vielleicht auf den Diabetes. Und wenn wir diese Sachen einigermaßen in den Griff kriegen und ihnen dann noch helfen, vielleicht eine zweite Stütze an das Geländer zu machen oder vielleicht überreden, dass doch die Wohnung von oben nach unten verlegt wird oder Bad, Küche und Schlafzimmer auf einer Ebene, sind das Kleinigkeiten, die vielleicht ihnen helfen, zu Hause zu bleiben. Und das ist das, was der Patient möchte. Es gibt viele Untersuchungen, was der Wunsch des Patienten ist. Der Patient sagt, ich möchte halt alt werden, ja, aber gesund. Ich möchte unter meinem Apfelbaum sitzen, auf der Bank, Sonnenbegang und dann Schlag und Schluss. Würde ich mir auch. Nur die Realität sieht anders aus. Und halt Stürze, Infekte, Tumorerkrankungen, die den Patienten in seiner Selbstbestimmtheit beeinträchtigen. Und wir versuchen, diese Beeinträchtigung so zu kopieren, dass der Patient einigermaßen zurechtkommt. Wie wird denn in Ihrer Klinik diese Fachrichtung angenommen? Also wie erleben Sie die Patienten, wenn Sie es so verallgemeinern können? Können wir uns das fröhlich vorstellen? Was ist die Resonanz? Also ich habe Ihnen leider keine Bilder mitgebracht, aber wenn ich unsere Patienten sehe, gerade bei diesem schönen Wetter, die werden rausgescheucht in unseren schönen Garten oder die alte Linde in der Gruppe, dann gibt es zusammen auch Spiele. Das sieht alles spielerisch aus, das ist hier ein Leistungstraining, das sind Koordinationsübungen, wo einfach Bälle gefangen werden oder mit irgendwelchen Knetmassen oder Malereien gemacht werden. Das sieht toll aus und die Leute sind glücklich. Also Menschen, die auch allein immer leben, die haben häufig in der ersten Woche Angst, miteinander zu reden, im Zimmer, mit dem Nachbarn. Bei uns ist es so, morgens alle in den Frühstücksraum, die werden im Frühstücksraum reingekatzt sozusagen und müssen miteinander reden. Die müssen mittags miteinander reden, da gibt es die Gruppengymnastik, die Gruppenlaufgruppe oder andere Sachen, wo die Patienten einfach auch Freude erleben und so von der Resonanz, wenn ich das subjektiv betrachte, würde ich sagen, die meisten Patienten sind einfach glücklich da, dass sie bei uns sind, wollen erst nicht zu uns, weil sie gar nicht wissen, was das ist und danach wollen sie nicht mehr weg, weil es ihnen so schön gefällt. Nun kann ich ja dem Älterwerden schlecht vorbeugen. Wie sieht es aber mit dem Vorbeugen vor altersbedingten Krankheiten aus? Was kann ich tun? Es gibt viele Sachen, die man machen kann, zum Beispiel ein Glas Wasser trinken, gerade bei diesem Wetter. Das Trinken im Alter wichtig, als Schlaganfallprävention, als Prävention vor... Ich fange auch schon mal an. Sie brauchen es noch nicht in dem Maße. Prävention vor Austrocknung des Gehirns und anderen Sachen. Also der Mensch ist einfach empfindlicher wie ein kleines Kind, was in der Sonne liegt, schnell einen Hitzschlag bekommt, also eine Austrocknung, eine Exsikose ist beim alten Menschen auch so. Also Kleinigkeiten sind eigentlich das, was dem Menschen hilft. Und wenn mich Menschen fragen, mit 90, was kann ich tun, dass ich 100 werde, dann sage ich meistens, sie werden automatisch 100. Wer es bis 90 geschafft hat, schafft es meistens auch die 100. Aber wenn Sie mich fragen, werden Sie 100 oder ich, das weiß ich nicht. Und wir müssen hart arbeiten. Wir sind noch nicht 90 und das läuft automatisch, sondern wir müssen uns im Sinne gesund ernähren, wobei man nicht genau weiß, was jetzt gesund ist oder nicht. Vielleicht nicht das verkugelte Krillfleisch essen, das ist sicherlich nachgewiesen. Ein Glas Wein ist auch eine gute Alternative. Ich komme ja aus dem Rheingau, das kann ich guten Gewissens den Patienten empfehlen. Das wird auch ganz selten abgelehnt als medizinischer Rat. Dann ist Bewegung wichtig. Und gesunder Menschenverstand ja wahrscheinlich. Man weiß ja welche. Um den Menschenverstand zu behalten, Stichwort Demenz, ist einfach den gesunden Menschenverstand anwenden, das Thema. Sie müssen miteinander reden, Sie müssen kommunizieren. Menschen, die morgens die Zeitung lesen, haben eine Chance, besser vor Demenz geschützt zu sein, als der, der nur auf der Kauze sitzt und den Fernseher anschaut. Oder manche Patienten, die gar nichts machen, die sitzen einfach da rum. Die Uhr tickt an der Wand. Miteinander reden, miteinander kommunizieren, vielleicht mit dem Hund spazieren gehen. Am besten mit dem Partner, mit dem Nachbarn, mit den Freunden laufen, unterhalten, zusammen kochen zum Beispiel. Einfach feinmotorische Übungen, gemeinsames Essen, das soziale Event genießen. Das ist das Wichtige. Und Familie und Freunde behalten. Die 100-jährige Studie, die ich eben schon zitiert hatte, zeigte, dass die Menschen, die in einem sozialen Umfeld gut aufgehoben sind, in einer Familie, die sich darum kümmert, älter werden, als die Patienten, die alleine sind. Das heißt, wenn Sie Freunde haben, pflegen Sie die Freunde, rufen Sie die an, bleiben Sie in Kontakt mit den Menschen, versuchen Sie auch, die modernen Medien zu nutzen. Internet, Video zum Beispiel. Ganz viele alte Menschen haben schon ihren Tablet, PC dabei und chatten mit irgendwelchen Enkeln, die gerade in Amerika sind und finden das klasse. Also Mut zu neuen Mittel. Alles, was Sie möchten, dürfen, trauen, machen Sie das einfach. Es gibt nichts, was im Alter verboten ist. Sie können auch ungesund leben, wenn Sie 90 sind. Das macht dann nichts mehr. Das ist sehr gut. Wenn Spaß macht, er braucht hat, darf er auch weiter rauchen und bei uns wird keinem verboten, abends ein Glas Wein zu trinken, wenn er schlafen kann. Ich halte davon viel mehr, als wenn er jetzt irgendein Medikament bekommt, das er dann einfach ausgeschaltet wird. Seine Lebensqualität wäre ja wahrscheinlich auch eingeschränkt und damit der Lebensmut gar nicht mehr da. Richtig. Sie müssen sehen, Patienten sind ja in einer gewissen Struktur im häuslichen Bereich. Wenn man sie rausholt durch eine Erkrankung, müssen sie sich erst wieder zurechtfinden. Die ersten oder die meisten Unfälle im Krankenhaus, also Stürze auf dem Weg in die Toilette oder weil sie irgendwie ans Fenster wollten, die falsche Richtungen passieren in der ersten Nacht. Deswegen müssen in der Geriatrie die Patienten am ersten Tag aufgeklärt werden, dass die Klingel, dass die Tür, brauchen sie einen Stock, brauchen sie ein Hilfsmittel, da muss so ein Rollator am Bett stehen. Nicht erst warten in der zweiten Nacht, wenn der gestürzt ist. Das ist ein großes Problem. Der Sturz im Krankenhaus ist ein sehr großes Problem. Sterblichkeit beim alten Menschen über 50 Prozent im ersten Jahr. Gibt es so einen kleinen Appell, den Sie machen könnten oder den Sie generell an vielleicht sogar die Deutschen haben, dass sie mehr tun müssen? Man kennt ja die Geschichten der alten Chinesen, wo man immer wieder liest, 110 Jahre alt geworden und vielleicht hat er sich von tollen Pflanzen ernährt, Kräuter. Und die Deutschen lamentieren ja nun ganz gerne. Mein Appell ist, keine Angst vor dem Alter. Wenn ich bei mir zu Hause in Wiesbaden oder jetzt auch in der Islstraße vom Markt gehe, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht zu schauen, wie viele Kinderwagen gibt es dort, wie viele Relatoren gibt es dort. Und ich sehe, immer mehr Relatoren sind dort. Es freut mich, die Menschen werden älter und sie gehen auch raus mit diesen Relatoren und ich muss immer denken, ich möchte auch mal alt werden, möchte gesund bleiben und deswegen ist der Appell für mich, achten Sie das Alter, besuchen Sie Ihre Großmutter, besuchen Sie Ihre Großtante, schätzen Sie die Menschen, reden Sie mit denen, schließen Sie die nicht aus. Wenn ich auf Familienfeiern bin oder bei Freunden, da gibt es so einen Seniorentisch häufig, die sitzen da rum, unterhalten sich miteinander oder auch nicht und die Jungen sind woanders, wenn man denkt, na, ich bin schwerhörig oder dement, das sind die meistens gar nicht. Man muss sich einfach mal aufraffen, hinsetzen, auf Augenhöhe gehen mit den Menschen und das schützt diese Menschen auch vor sozialer Vereinsamung, nimmt ihnen nicht die Lebensfreude, schützt vor Demenz und wenn man selber in Kontakt mit den alten Menschen bleibt, weiß, welche Bedürfnisse haben, kann man auch selber dran denken, wie man im Alter aufgehoben werden möchte und wenn Sie sich ein Haus kaufen, fragen Geriater und sagt der Bungalus-Til, keine Wendeltreppe, keine offene und nicht auf dem Land irgendwo nichts ist, sondern irgendwo in der Stadt, wo Sie zentral versorgt sind mit Apotheke, Einkauf, Arzt. Sie müssen selber denken, wie möchten Sie leben, achten Sie die alten Menschen und bleiben Sie einfach so wie Sie sind. Hört sich logisch an. Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Dr. Gerke. Gern geschehen. Und Sie, liebe Zuschauer, hoffe ich, haben sich gut informiert gefühlt von uns und ich hoffe, Sie klicken sich wieder rein, gerne im Internet, hier bei uns unter www.asklepios.com schrägstrich Nachtvorlesungen oder auch über YouTube. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie hoffentlich gesund. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF,